Ich habe da mal eine Frage an dich, oder auch mehrere. Wie sehr kannst du dich heute noch mehr in das verlieben, was du anbietest? In deine Angebote, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer deins ist. Wie sehr kannst du dich heute noch mehr darin verlieben? Und noch mehr erkennen, wie großartig, wie wundervoll das ist, was du zu geben hast. Dass das, was du zu geben hast, gleichzeitig ein großartiges Geschenk für die Welt ist. Und gleichzeitig auch die Antwort auf irgendeine Problematik, irgendeine Herausforderung in der Welt da draußen. Also wie sehr kannst du dich heute noch mehr in deine Angebote, Dienstleistungen, Produkte verlieben? Dreh dein Verliebtsein auf. Verliebe dich noch mehr und noch mehr darin. Denn du und dein Wirken seid ein Geschenk. Und wenn du dir ein bisschen mehr als nur ein kleines Soulbiz Blister, eine Inspiration wünschst, vielleicht eher konkrete Begleitung auf dem Weg in deiner füllenden Erfolg mit deiner Berufung, mit deinem Seelenbusiness, dann schau einfach mal unter diesem Video. Da findest du Möglichkeiten, wie wir dich aktuell begleiten können. Zum Beispiel mit deinem ganz persönlichen Wunscherfüllungscode. Oder auch in deinem täglichen Soulbiz Blist Club. Das ist im Grunde so etwas wie ein Gym für dein Seelenbusiness ist. Eine tägliche Ausrichtung, Fokus auf das, was du willst und Stärken und Trainieren des eigenen Manifestationsmuskels. Also, wenn du das möchtest, wie gesagt, klick auf den Link und lass uns gemeinsam wirken.